Fakus wird es YouTuber, dahin wird ne Aufgabe gemacht Der Fakus wird es gerade mit dem Sound Mach mal die Fahne an, wenn du kannst Geht das noch? Schafft das noch die Fahne anzumachen Einfach mal gucken, wo die hingeht Ach, das ist die Aufgabe Vom Telefon Zum nächsten Gebiet vorrücken und den Bereich sichern Na siehste Na, wie das dir irgendwas geschafft hast Was haltet ihr davon? Wir fahren mit der U-Bahn hoch, die oben hin Ja, aber der U-Bahn-Eingang ist es gerade da, gell? Ja Ich denke mir mal, da wird Oben werden vielleicht welche sein, aber Die wird nicht genug sein Ist natürlich noch nicht in der Zone, oder? Ist noch nicht geloadet hier Naja, müssen wir Ja 2-6 haben wir noch Zeit Kommt, die kommt Oh, da war ein Geist Oh, hier fährt ein Geisterzug her Jetzt kommt der Zug direkt Der kommt direkt jetzt hier Ähm, wann war der denn da oben? Lost the past, wa? Na, Lost the past Okay, es war andere Seiten Da drüben Nein, ich bin tot Was schräg ne? Was war das denn? Hm Och, ne Ich weiß was Ich hab alles gehabt Oh, was hat das denn für'n Schei Hey Ja, Fahrg hoch Alles gut Ja, warum haben wir da? Die Reden sind kreise Ihr seid falsch gefahren, dann fahrt in dein Fort hier Wo ist er? Ja, du fährst in die falsche Richtung und fährst in die Zone Hahaha 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 Wer lacht denn da so? Über mich Ja Doch, du fährst in die Zone Ah lol, du bist noch direkt vor der Zone Ah, klar Du, mach doch zu Ich hab ja gesagt wo ich war, war richtig Nicht auf der anderen Seite Ja, ich verrick Ich bin tot Ja, weil ich wieder... Ja, weil ich dort bin. Ja, ist wieder zurückgefahren, in den richtigen Zug. Ich hab ja gesagt, wir müssen da hoch. Wir laufen, wir laufen. Wir passen. Ja. Ja, wir haben hier vom Zug gestorben. Ich bin in dem Zug gestorben. Ich bin vor dem Zug gestorben. Ja, du bist vom Zug gestorben. Das war schlimmer. Oh, ich bin tot. Ich hab jemand getroffen. Mit einer Waffe. Was war das denn? Oh, das war hier... Jetzt waren Bugs gerade. Definitiv.